Und Runde 2 im Pack, äh, auf Westfield im Vierergefecht läuft. Na, jetzt ist er, sie ist ja mal dabei, ja. Ja, wird schwierig. Ich glaube, 3 oder 4 versuchen, die nächste Runde aufzunehmen. Ist jetzt vielleicht mal die, die es zu sehen bekommt. Ja, that's what World of Tanks is about. Und da wird es, äh, jeder, der sagt, dass... Dank dem Matchmaking, was wir im letzten Zeitpunkt kommen, hat, das ist immer so, super, super. Jeder, der sagt, dass dieses Spiel 4 zu lose playen, das hat auf jeden Fall recht. Ja, in dem Sinne soll ich nicht, äh, mein, theoretisch nimmt eigentlich fast jeder immer nur gute Runden rein, so. Das ist immer längst so. Das Ding ist aber halt, ab und zu hast du halt einfach nur Gefechte, äh, da machst du halt gar nichts mit einem Ball, sondern die lohnen sich allein. Das hatten wir eben gerade zum Beispiel. Ich meine, ich hatte wieder gut gedrückt, aber Kian hatte halt einfach mit seinem Panzer so ein Schreck mit Sprechen, dass da gar nichts ging. Na, hättest du ja natürlich sechsmal Verlaune, ne? Eigentlich müsste, müsste man dem Ding, das wäre eigentlich perfekt, äh, für so einen Schnecken-Skin. Hm, das wäre echt geil. Wenn einer von euch remodeln kann, dann baut man... So Joker. Dann baut man so einen Schnecken... Joker kann nur Skins, glaube ich, der kann einfach nicht remodeln. Dann baut man so einen Schneckenhauster draus, die bestimmt wird sich aus. Ich meine, man könnte ja vorne das Rohr quasi so als Dings nehmen, als, als Auge. Das passt ja so ein bisschen, so eine einäugige Schnecke. Ich bin gut, dass hier nicht viel TDs hochfahren, dass du. Das war ein nice one. Gibt es denn die Gander nicht runter? Ja, geht, ne? Oh ja, geht da mit leichten Kommen. Kacke, komm ich noch rum. Ich habe schon zwei Dinger gedrückt, läuft. Ich frage es, ob ich offen bin, weil ich stehe hier eigentlich, glaube ich, nicht mehr so, wie ich im Bus stehe. Oh doch, geht noch. Marder kommt hoch. Scheiße, Lackshot. Ja, pack auf jeden Fall, ey, das ist echt ein geiler Premium-Panzer. Macht richtig Laune, das Ding. Ist auch besser als der Marder, weil er halt einfach, guck ich es mal an. Hier, wie schnell der Einende. Schießt auf mich, du dummes Sau. Ich bin abgeprallt. Ich habe mich dummes Sau genannt, ich bin voll das Arschloch. Oh, aus dem... ...ab. Sind unsere ganzen Panzer hier, gibt's gar nicht. So, so, so. Oh, ja. Ich hab' ich auch gerade gesehen, ne? Ich bin abgeprallt, glaube ich, oder? Da passt sich ja, Lektor. Welche von mir? So, macht halt mit 100 Alpharschaden, das geht für T3 schon voll klar. Und die Aiming-Time ist so abgöttisch geil, einfach, ne? Kommen, dann lasst ihn doch kommen. Naja, wer weiß es halt nicht. Hab's ja übertroffen, glaube ich. Oder ich hab's sicher getroffen durch den Sound, der kam. T50? Ist den B2 weggemacht, sehr gut. Ich hab's aber hinterm Hügel. Ah, Lektor ist da noch, ne? Ne? Ich nehm mir gerade mal die Suche und auch das Schatz-Mitschie. Haha. Das ist gut, das... Das ist gut, das Fleischhild. Na, Hertha, komm, du musst pushen, nicht ich. Mein Funkgerät sieht auch echt nur noch uns fünf hier. Das ist gut, wie du willst, wie du willst. Ich kann auch noch einen, der ist erreicht. Ich bin nur hier, der ist es vielleicht so. Ich bin, der ist nicht zu. Ich bin nicht zu. Ach, ich bin, der ist nicht zu... Ich bin mir nicht zu. Ich bin nicht zu. Ich bin nicht zu. Ich bin nicht zu. Ich bin nicht zu. oder das hier oder irgendwas mit irgendein unnötiger panzer in das spiel nicht gebraucht hätte mit zinitze fast noch mal ein bisschen macht jetzt geht los oder was krieger und ich weiß wie viel kriege ich mit dem dinge schon nämlich dabei nicht rein wenn du krieger machst mach mal entscheidender beitrag sagen er geht nicht mehr muss elf kürze machen doch geht mir jetzt nicht mehr irgendeiner muss mal pushen du hast am meisten live points mannst dir bewusst genau mit dem weg war ich vor ganz sicher dass der tank schlechthin jetzt geht die musik an ja quasi sofort richtig was machst du ja egal die japanischer panzer ja wir verlieren das noch ne nur so nebenbei alter der hetzer ist richtig im sack hetzer und so haben beide kaputte kanone nur so nebenbei und der konvenente auch ist gut ne also alle restlichen panzer bis auf dich haben die kaputte gun die sind dann hier an die suche angekommen ist das problem ist ich habe kein plan ob da jetzt irgendwo anders steht ne naja du hast ja keine gute position das wird von allen seiten offen ne also offen vom nicht durch außer von hinten da kommt ob ich kann da kippen sehen aber es ist eigentlich jetzt das boten oder in den hauslichen das schiefer schloss und muss erzielen und jetzt tust du es für den Schuss doch das so und so noch immer zu tun was ist das Tier abbekommen um zu den Munds also die sind Scheiß auf die Arti. Der Hetzer ist wichtiger. Abgeprallt? Ne. Nice. Nice, 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 nice. Mein weg. Mein weg. T-T-2 live. Nice. Nice. Mit Hilda und Japanisch das komisches Ding bleibt noch, ne? Ja. Gewinnen wir noch. Mit sieben Kills. Nicht schlecht. Vielleicht sogar noch acht. Oder neun. Ja, 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 ja. Jetzt gleich drei Uhr, gleich kann ich Ding spielen. Wo er von der Ground Force ist. Wenn du die Rohnen entleinimmst, ne? Ne, ne mich nicht rein. Aus Prinzip schon mal nicht. Eigentlich spiele ich das nämlich gerade. Ram-Fan ist nämlich gerade. Hast du auch gesagt? Ja, 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 genau. Ja, 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 genau. Deshalb ja, wir haben das alles abgebrochen, dass ich dann halt rede in seiner Stellung. Alter, vorn mal. Okay, der käppt. Ich hoffe, er kommt mega zu. Erinnerst du ihn noch an den Panther? Boah, jetzt gibt's Ager-Panther. Pappen bei der Hummel. Direkt ins Gesicht. 25 Damage. Das war schon gut, ey. Ich find's schön, dass du nach 15 Minuten Fahrt schon mal das halbe Spielfeld überbautierst. Das war sie, ne? Das wartet halt jetzt, ey, gerade, bis der Region hier mal was aufgehört. Wahrscheinlich fahren, entweder fahren die außenrum. Wir sind bei uns im Clubkreis. Und ist nicht gespottet. Das guckt, wo der Kommandant da steht. Das hat sich das Fallen ja richtig gelohnt, meinst du? Hm. Der hat auch nicht spottet, der Kommandant da braucht er nicht. Hat er gar nicht nötig. Der Chi-He ist da. Komm, 8 Kills. Ich will es, Ram. Ich will es. Und du willst es auch. Los. Nice. Das ist nur ein bisschen aufgeräumt. Jetzt fährst du wieder ein Stück und dann geht der Cap wieder an. Ja, quasi. Nur diesmal hast du kein Kommen, dass er sich vor dich stürzt da. Kein Fleischschild. Ja, jetzt habt ihr aber auch mal gesehen, was du packst, so kann. Das tut er alles wegen. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht, der Panzer. Ich meine gut, wenn man jetzt wie ich den halt auch fahren kann, wie man ihn jetzt gerade sieht. Ram ist ja jetzt recht schnell gestorben mit meinem Account. Das ist ganz was. Hat da gerade einer geschossen. Carried, sag ich mal. Hat da gerade einer in der Nähe von dir geschossen, ne? Am Ende. Also ganz ehrlich, das wäre eigentlich ein Panzerarzt, ne? Krieger und Defender hast du bekommen, nicht schlecht. Mit Sicherheit wäre das ein Ding, wäre das ein Panzerarzt. Aber wie viel Erfahrung hast du gerade bekommen? 94 Defense Points, 45 Spotting Damage, 47.500 Damage gemacht. Acht Kills. Läuft. Na ja, dann würde ich sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö.